Ja, wo es vor Flinte auf die Entfernung bringt, oh je, bringt nicht so viel. Oh, fuck. Nein. Die Shorty macht echt Aua. Scheiße, scheiße, scheiße. Sie haben Verlucht nichts hier unten. Adams, lobe, wo steckt ihr, verdammt? Auf die Seite! Auf die Seite! Verdammt! Oh, fuck. Was hast du dir gedacht? Krass, was hast du dir gedacht? Okay, keine Munition. Wir sammeln Munition ein. Wo bleibt ihr denn so lang? Der Aufzug war hin, wir mussten zu Fuß gehen. Falscher Zeitpunkt, Sergeant. Was? Schon okay, Adams. Mir fehlt auch nichts. Kein Grund zur Aufregung. Alles gut, dass wir hier schön Munition. Ich weiß, ich weiß. Hast du das Signal, Lugo? Ja, ganz nah. Dann mal los. Alles klar. Auf geht's. Wir brauchen noch mehr. Gebt mehr Deckung, ich lade nach. Rück her raus. Ja, es ist immer schön, dass ich einen Granatentyp auf- und abschalten kann. Plus, die Umsetzung ist kacke. Warum kann ich nicht einfach G drücken, Granate werfen, Firearms? So, Sekunde, jetzt muss ich mal gucken. Steuerung, Nachladen, Aufhängen, Blablabla, Granatenwerfen, Ach, Kuh. Ja, okay, alles da. Ich bin dumm. Da kommt einer mit einer Schrotflinte. Ja. So viel dazu. Okay, Granaten ist auf Kuh. Alles klar, wissen wir Bescheid. Wir machen mal beim nächsten Mal ein bisschen besser. Scheißen Dreck. So. Siehst du da? Feind ist durchmarsch. Gebt mehr Deckung, ich lade nach. Okay, es war ein bisschen unvorsichtig jetzt von mir. Es gibt's ja nicht. Mal einen Schluck trinken nebenbei. Damit wir hier nicht völlig Dehydrien in der Wüste. Na, komm raus. Alles klar. Gut, dann können wir uns jetzt langsam vorwagen. So, hier hin. Okay. Hier ist die Zinschzeiten. Oh, scheiße. Geh nicht weg! Nicht zu heiß! Okay. Ja ne, schießt er einfach nicht auf uns. 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 Okay. Okay, munitionstechnisch sieht es jetzt nicht wieder so perfekt aus. Ja, schön. Das hast du schon mal gesagt. Oh, so wird hält das an. Ja, los im Hof. Klopf doch einfach mal, vielleicht machen sie auch die auf. Weg. Ich kann dir helfen Boss, nenn mir ein Ziel. Alles klar. Etliche Gegner. Hübsch. Ihr Alpha brauchen Verstärkung. Hübsch. Hier Alpha brauchen Verstärkung. Sofort. Da gibt es noch Granaten. Vorwärts. Wer hat's? Das bringt nicht nach Ausgang. Ich bin dran. Beine zu mir vom Bleib. Zweier weg ist. Oben. Jetzt nicht mehr. Das war knapp. Da ist noch einer. Boah. Okay. Okay. Nein. Nein. Weg da. Noch nicht. Ich will mir erst die Granaten erholen. Da ist noch eine Waffe. Siehst du, Munition ist hier noch ein bisschen schön. Drei Splittergranaten, eine Haftgranate. Okay. Okay. Die konnte ich vorhin komischerweise nicht mehr werfen. Obwohl da eine Eins stand. Oder ich habe die gerade eingesammelt. Bin blind, blöd, taub, stumm und völlig hängen geblieben. Sagt jetzt nichts Falsches. Und da. Oh, schon mal diese ekligen Fliegen. Das klingt auf Kopfhörern wirklich so assi. Okay. Für die Augen ist es jetzt nicht auch gerade schön. Heftig. Da liegt noch was. Ich dachte, ich schaff's ganz ohne zu schreien. Beim Sandboarding ging's noch halbwegs. So. Wer will, kann wie immer die Aufnahme pausieren und sich das Ganze reinziehen. Die sind aufeinander losgegangen. Du hattest recht, Walker. Ich hätte lieber Unrecht. Oh man. Vorsicht, die werden warten. Okay, soweit ist ruhig. Noch. Nein, lass den Schalldämpfer drauf. Pssst. Kein Mensch. Captain, auf der Treppe. Ich seh's. Oh kacke. Der Horror. Wenn das Daniels ist, dann ist der Mann schon längst tot. Das war eine Falle. Scheiße, was ist hier los, Logo? Kein blassen Trotz. Wow. Rückkopplung. Identifizieren Sie sich. Wer zum Geier seid ihr? Captain, fick dich ins Knie. Tja, Captain. Diese Falle war für einen Fuchs namens Gould bestimmt. Sie sind nicht Gould. Sehen Sie ihn? Ich weiß nicht, wer Sie sind. Keiner weiß das. Das ist gefährlich. Ach ja? Und für wen? Für alle. Ich meine mal ehrlich. Ihr habt doch nicht geglaubt, wir lassen euch hier einfach rein spazieren. Doch, haben wir. Wir suchen Überlebende. Tja, ihr habt was gefunden. Schöne Scheiße, was? Was? Los geht's, Jungs! Oh fuck. Was zur Hölle? Da oben! Das ist gut! Verschwindet! Los, los! Ripp weg! Los, los! Los, los! Wenn ihr hier raus holt, dann tut, was ich euch sage. Ist das klar? Was war das? Wir sind Sie! Ich bin Agent Gould, CIA. Sie sind Captain Walker, Delta Force. Woher wissen Sie, wer wir sind? Ich weiß, wie es ist, Captain. Aber jetzt ist keine Zeit zum Reden. Okay, wir machen uns mal ein bisschen vom Acker spannend. Oh, fuck. Ja, sparen Munition und auch ein bisschen Leben und wir mussten dort rum. Und ich bin mal wieder völlig... Mann, es kann ja wohl nicht sein. So weit waren wir schon. Ich bin Agent Gould, CIA. Sie sind Captain Walker, Delta Force. Woher wissen Sie, wer wir sind? Scheiße, scheiße, scheiße. Geh doch mal in Deckung, Junge. Und so wird schon ja scheiße knapp. So, den haben wir. Oh Gott. Das war ein Gegner. Wir müssen ja echt gucken. Wer Freund oder Feind ist. Mein Sohn euch ist ein Gang. Nehmt ihn. Er führt zu einem Museum. Hallo. Danke. Ich kann go. Draust du ihn wirklich? Hey, wenn dir was Besseres einfällt, nur raus damit. Los, komplett. Vorsicht! Schrotzelt den anderen losch! Der Vorraum eliminiert! Ach! Mist bin leer! Vorragiges Ziel! Feierbündeln! Rüchterlos! Granate! Ich brauche hier Hilfe! Vorsicht! Tango will vorrücken! Granate raus! Granate! Die Taube! Vorsicht! Vorsicht! Okay, der ist weg. Die Taube! Nach. Da unten! Kontakt bestätigen. Wir können weiter durch. Der ist hin! Bringt unterwegs! Hier ist was los! Welche Hoffnung! Da kommt der Schrotzblende! Scheiße, dreht die auf Kraft! Angriff! Granate! Blut, auf meinem Befehl! Wir gehen auf mein Zeitung! Zeit los! Wir sind unterwegs! Scheiße, die haben geschwärendes MG! Habe! Nein, ich bin noch nicht. Verdammt. Ist egal. In Deckung! Situationsbewusstsein. Alles klar. Fuck. Tango erledigt! Windfast clear, muss nachladen! Hä? Den Ganghaut aus. Und dann? Ich warte draußen auf euch. Gute Hände. Ah, da hat mir einen neuen Freund gewonnen. Schade, dass gut vor der guten Überraschung geht. Naja, ich bin spät. Ich bin weg! Oh, die Wache hat mir noch nicht. Oh, 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 oh. Ich will die haben. Nein, 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 nein. Maaan. So, jetzt so. Die Waffe gefällt mir. Weeber! Weeber! Angriff! Bereitung! Hau weg! Mach ich. Ich will aufkülen. Ich liebe die Linksorgen. Ja. Ich liebe die Linksorgen. Ja. Okay, also durchspiken ist schon mal scheiße Idee. Ist scheiße Idee. Na los. Warte nach. Feind in Sicht. Greifen wir an. Weeber! Angriff! Verrückung! Boah. 2,4,5. Ich liebe dich! Okay, das hat schon mal geklappt. Ernsthaft? Ernsthaft? Boah. Das war jetzt gemein. Das war gemein. Das war gemein. Was für geht schief? Los hin! Hey, was soll das denn? Okay, letzter Versuch. Sonst weine ich. Na los. Steh auf die. Oh Gott. Okay, wir müssen also in Bewegung bleiben. Alles klar. Nein, ich muss laden schneller, laden nach, gehen hier in Deckung und dann würde ich sagen, mache ich mal eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns demnächst wieder, also dann bleibt dran, macht's gut und...